Ja, und willkommen zu einer kleinen Hardcore Season. Ja, Hardcore Season 1 nenne ich diese Folge. Es wird jetzt in verschiedenen Abständen verschiedene Hardcore Sessions kommen. In mehreren Folgen vielleicht, man weiß es nicht. Also, wir fangen an. Ihr seht ja, wie schön das drin ist. So, fangen wir jetzt mal an, schnell Holz zu sammeln. Wie schnell wir sind, jetzt so besser. So. Was müssen wir hier machen? Natürlich erstmal überleben. Solange es geht. Kürbissen nehmen wir gleich auch mit. Und eine Kuh, die immer Muu macht. So, mal kurz so machen. Gleich schon die erste Höhle. Wow. Höhle, Kühe, Kürbisse. So liebe ich es. Mal sehen, wie lange ich überleben kann. Ah ja, das hier ist das Wormspite Texturenpack. Was er abgeändert hat. So gut es ging nachzumachen. So. Ey. Was sollte das denn? Das sollte aber nicht sein. So. Wie ihr seht. Ah. Gah. Hm. Ich glaube, das tickt. Das sieht man nicht. Bisschen was. Ich schäle das nochmal raus. Eben schnell. Und dann. So. Texturenpacken auch mal anders. Dann nehmen wir das Bugspur BD-Craft. Wenn er mal will. La 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 la. So. Jetzt geht er wieder. So. Beim Textrunpacken kann ich euch schon mal jetzt sagen, kann es immer manchmal vorkommen, dass da etwas rumspinnt. Deswegen lassen wir die lieber raus. Ein bisschen neul zahlen wir schon mal. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr. Hm? Ja. So. Wir werden uns keine Hausbahn, wir werden uns immer irgendwo einbauen. Wir werden immer wieder Nahrungssuche geben. Wir werden uns nur kurz mal ein Norbert aufhalten. Wir werden uns nur kurz mal einbauen. Befremden wir die Kuh mal von ihrem Leid. Erstmal so viel Holz zahlen, wie es geht. Hm? 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 Du baust ja nichts, ich bin nicht krank. Ich bin ja auch nicht krank. So. Nahrungsmittel. Hab ich irgendwie was vergessen? Hm? Ich hab nur geguckt, welcher Schwierigkeitsgrad gerade aktiv ist. So. Du schietest, du schietest hier. Danke. Ich baue mir einen. Nicht schieten. Du schietest hier. Ich baue mir einen. So. Boah. Die Höhle, die ich eben gesehen habe. Da. Oder da. Oh. 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 Gut, Werkband mitnehmen. Das ist die optimale Stelle für mein Haus. Ich habe mich jetzt gerade um entschieden. Ein Rissgleich hier in der Nähe. Jetzt was will man mehr. Die großen Bäume lassen wir stehen. Ich kann nur das wechseln. Ein bisschen Holz noch fahren. Dann kann ich mir eine gute Stelle zum absteigen. Okay. Und du noch auf der Eichel? Mann, bist du da? Das Blitz hier noch hinter dem Mond. Nö. So. Und hier wird mein Haus, also die kleine Wohnhülle stehen. Und mich dann jeden Abend zurückziehen werden. Okay. Okay. So. Einmal. Zweimal. So. 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 Die Kunde hole ich mir jetzt auch noch schnell. So. Und dann dichten wir hier das alles ab. So. 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 Gucken wir mal. Ist hier irgendwas? Nö. So. 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 Perfect. So. Hier machen wir die Tür hin. Genau hier. So. Dann müssen wir die mal so hinstellen. Perfekt. Schon sind wir sicher. Hier machen wir so eine kleine Nische nochmal. Dann können wir hier ein bisschen Getreide anbauen können. Und erweitern wir halt ein bisschen die Nische zu. Hier machen wir gleich noch ein bisschen Licht rein. Jetzt haben wir Kohle. Machen wir uns erstmal. Stand. Eisenschwert. Und noch. Eisenachst. Eisenachst. Oha. Oha. So. Anden m�. Bist du wach. Und noch ein bisschen zu klingeln. Vachst du wachst? In dieserinta. Was Nicht gut, wird schon rauszugehen. Wir haben keine Kohle. Weiter gucken. Ich glaube, würde ich da noch ein bisschen Wasser holen. Toll, was soll ich mit Eisen? Gut, ich kann einschmetzen, aber ich brauche noch Kohle. So, machen wir hier dicht. Nur aus Sicherheitsgründen. Und damit hier nichts spawnen kann. So, machen wir hier. No. Ich habe gesagt, wir brauchen Kohle. Und ich finde Kohle. So, dichten wir mal die Löcher wieder ab. So, die Erde, die wir eingesammelt haben, packen wir jetzt wieder schnell drauf. Aber wir lassen einen noch da. Machen wir nochmal zwei Fackeln. Fertig, schnell, so. Und müssen jetzt die Nacht hier drinnen verbringen. Einmalchen? Brauchen wir ja gleich. Nein, Spinne, du bleibst da. Scheiße. Okay. Okay. Rainer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh-oh. Creeper, Creeper. Nochmal hier so einen Wegpunkten. So. So, damit ich immer weiß, wo die Höhle ist. Ich mach mir jetzt noch schnell eine Drohle. Wo ich dann erstmal die ganzen Sachen, die ich angesammelt habe, verstauen kann. So. So. Gucken wir uns an. Yeah, wir sehen cool aus. So. 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 Warte mal. So. 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 Gibt's Ausmarkte. Komm rein. Lass mich mal kurz. Ein Huhn. So. Was wolltest du nochmal? Ey Bücher. Gut. Also was ich plündere. Ein Karottenfeld ey. So. Ich niste mich hier ein ey. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Da fehlt'n Block. So, wir sehen, wo geht es weiter, wir gehen zurück. Das war aber schön, Plungy, Plungy gemacht. So, jetzt mal kurz zum versteckten Haus, also zur versteckten Höhle, so. Und so ein Leibchen. So, das reicht. Und das war es für diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal bei Hardcore Season 2. 1.